Das Alameda-Gebäude des Kurhotels Esplanat Enzana Health Spa befindet sich auf der Insel Kupele im Zentrum von Piestani. Das Hotel gehört in puncto Komfort und Erholung mit Sicherheit zu den drei führenden Häusern des Kurortes. Es verfügt über 197 Zimmer. Der Check-in erfolgt an der Rezeption des Kurhotels Esplanat. Alle Zimmer verfügen über Fernseher, französischem Balkon, Klimaanlage, Internetanschluss, Safe, Kühlschrank, Hartrockner und sehr bequeme Betten. In der Vollpension sind drei Buffet-Mahlzeiten pro Tag enthalten. Insgesamt gibt es im Hotel fünf Restaurants. Diätgerichte stehen immer zur Verfügung und die hauseigene Ernährungsberaterin hilft den Gästen bei der Erstellung individueller Ernährungsprogramme. Alle Kurbehandlungen werden im großen Therapie- und Wellnesszentrum durchgeführt, das durch einen beheizten überdachten Gang mit dem Kurhotel verbunden ist. Dieses balneologische Gebäude ist eines der modernsten europäischen Heilbäder mit einem äußerst umfangreichen Kurangebot. Die Behandlungen werden mit lokalem Thermalwasser, welches über eine direkte Leitung ins Therapiezentrum kommt, sowie mit Schwefelschlamm durchgeführt. Diese beiden therapeutischen Komponenten erzielen eine hervorragende Wirkung auf die Behandlung und Vorbeugung von Erkrankungen des Bewegungsapparates. Im Therapiezentrum gibt es auch eine Trinkzisterne mit Thermalwasser. Die Gäste werden hier von elf Ärzten verschiedener Fachrichtungen beraten. Direkt im Alameda-Gebäude des Esplanat befindet sich der Wellnessbereich mit Schwimmbad, innen und außen, sodass Sie zu jeder Jahreszeit schwimmen können. Diese Becken sind teilweise mit Thermalwasser gefüllt. Außerdem gibt es einen Whirlpool, drei verschiedene Saunen und ein Solarium. Der Parkplatz und eine Garage. Buchen Sie Ihren Urlaub und Ihre Behandlung im Esplanat Alameda zu den besten Preisen auf sanatoriums.com.